Das ist ja nicht g'scheit auf, ich flieg zwei mal runter. Bis, ja, dann geht's. Ja, Kerl, links neben mir am Camp, Dana. LOL, der Buben schwebt um, ich hast das gesehen. Ja, ja, ich wollte die Messer an. LOL, f*** die Legs. Ja, Papa. Wie kommst du neben mir her? Oh mein Gott! Ich hab die ganze Zeit da hingeschaut, und dann darfst du auf mich auf... ... neben mir auf, ey, alter. Das ist ja ne Schwule, ja, bitte. Oh, oh, oh! Ja! Genau jetzt kommt das Sau aus, ey, Glatzherrm. Ja, geht's nackern. Ah, verdammt! Du... Spray! Halt's Maul. Spray! Lol, ich schüsse das ganze Magazin auf den Kekst bei der letzten Kugel, verreckter. Du gehst doch nimmer. Block aus, Block aus, Block aus. Ich weiß kein Arzt, Gelder. Josef F. Herr Glatz hat jetzt einen Dopp vom Helst. Niemand weiß. Wieder mal coole Waffen, wie das. Du hast keine Kies, oder? Mötschen. Kass. Wo ist der? Fuck you! Kein Arzt! Hörst du Punkt! Ich bin aber keine Scheisse, also. Halt dich auch schon. Na, aber du hast ja meine Scheisse im Arsch noch ein wenig püriert, Alter. Ja, was? Ja, bevor du das F.O.T. Ja, ich stehe dich verwirrt in der Wand, Alter. Was geht denn da? Ja, Granate! Da bumm auf die Granaten gegen die Wand, lol! Scheiss, leck, Alter! Ja, komm, verdammt! Mö, ja! Dort kommt einer! Hinten kommt auch noch einer! Ja, wirst du! Ja, immer! Mö, bumm, Alter! Du bist so ein Kanakenkind! Er redet zur falschen Bombe an, Alter! Was? Scheiss! Ja, schau, er kämmt die ganze Zeit mit dem depperten Blumenkiss. Boah, boah! LOL! Wieso hab ich ihn nicht gesehen? Wieso hab ich ihn nicht gesehen? Sag's dir mal vor! Oder mach irgendwas, was für ein Nutzen ist! Wieso hab ich ihn nicht gesehen? Jetzt halt das Maul und Fläm nicht rum, Mann! Das liegt auf langsam! Nein! Fläm rum, Alter! Mö, der Mann, mö, der Mann, mö, der Mann! Das ist so ein Stöhren von uns, Alter! Ich trieb nicht! Boah! Ich hab ja Make-up, Tios! Ja, das ist so ein... LOL! Ich flieg' oben! WTF! Ich flieg' oben! Der baut Deutsche dafür, Atomkraftwerk, gell! Alter, wer kommt da und timet aus? Könnt man vorstellen, der Hellboy? Nein, der Hellboy dürft noch da sein! Hier, das kannst du nicht so nix bei der Haust! Nee! Nein, da ist... Ich will halt auch hier so der empfindliche Einstellung, ich scheiss mich an! Ich hab gar keine empfindliche Einstellung, was Haupts ist! Ja, nicht langsam! Jetzt fahrst einmal schnell 1 cm! Ganz schnell fahrst einmal 1 cm! Ok, das war 1 cm! Schnell! Wieder 1 cm! Das war jetzt geil! Das war 1 cm! Das war 1 cm! Das war 1 cm! Das war 1 cm! Ja, ja! Also 8 Runden haste ich dank! Wieso gehst du immer so früh? Ich bin jetzt weg! Ich geh nur weg!